Ich hatte euch ja ein paar Düfte empfohlen, oder ich hatte euch ja ein paar Düfte angekündigt, genau, dass wir etwas über Parfum-Klassiker sprechen, die jeder kennen muss und die noch produziert werden. Und ja, ich habe hier jetzt ein paar Düfte rausgesucht, angefangen in welchem Jahr, Sekunde mal, ich muss das gerade mal gucken, welches das älteste Parfum hier auf der Liste ist. Ich sehe 1966 ist das älteste Parfum auf dieser Liste erschienen und es sind alles Düfte, die ich persönlich schon getestet habe, die ich sehr, sehr geil finde und ich glaube, dass jeder diese Klassiker einfach kennen muss. Und ich habe schon ein paar Mal über Klassiker gesprochen auf dem Channel, aber nie so in so einer kompletten Liste, dass man wirklich alle mal auf einem Fleck hat, so die berühmtesten Klassiker, sage ich jetzt mal. Na, ich meine, da waren Dior, Jules war dabei, habe ich mal drüber gesprochen, über Nanteos habe ich mal gesprochen, über den Kuros habe ich mal gesprochen, genau, aber nicht über alle, die es so gibt oder die wichtigsten. Und deshalb habe ich mir gedacht, let's go. Surferboy schreibt O. Sauvage, absolut, ja. Also O. Sauvage ist auch tatsächlich der älteste Duft auf dieser Liste. Und zwar ist der rausgekommen im Jahr 1966. Das ist ganz witzig, dass es heutzutage auch ganz, ganz viele verschiedene Sauvage-Varianten gibt bei Dior. Also Dior hat irgendwie ein Sauvage-Problem. Die haben ganz viele Sauvages und auch ganz viele Eau Sauvages. Es gibt Eau Sauvage Extreme, es gibt Eau Sauvage Extreme Eau de Toilette, es gibt Eau Sauvage Fraicheur Cuir, es gibt Eau Sauvage Lotion Après Rasage, also Aftershave und so weiter. Und der Doofste, auf den ich mich jetzt aber beziehe, war das Eau de Toilette von 1966. Und es gibt dann aber auch noch ein Parfum, was ich persönlich unfassbar gut finde. Also vor allen Dingen die 2012er Version hat es mir sehr angetan. Aber ich möchte jetzt erstmal über die normalen Eau Sauvage sprechen. Ich meine, man sieht auch schon, dass das Parfum ein bisschen älter ist. Ich finde, es hat einen unfassbar geilen Charme. Leider ist der Deckel aus Plastik und das macht es ein bisschen nicht ganz so hochwertig. Also wäre der aus Metall, wäre ich völlig Head over Heels darüber. Aber es ist ein sehr, sehr schöner Barbershop-ähnlicher Duft. Also das ist wirklich, es war sogar das erste Dior Parfum für Männer. Schaut euch das mal an. Wie witzig ist das denn? Edmond Rudnitzka, also der Parfümeur, soll nach allgemeiner Fachmeinung erstmalig den synthetischen Duftstoff Hedion verwendet haben. Der Parfum ist eine jasminartige, transparente und frische Note verleiht. Also richtig krass. Die Konzentration liegt bei 2%, also wahrscheinlich von dem Hedion. Sehr, sehr spannend. Es ist ein Duft mit Eichenmoos und Lavendel. Das heißt, ihr habt auf jeden Fall die Barbershop-Vibes an dieser Stelle. Und genau, das ist definitiv sehr, sehr geil so in der Duftkomposition. Ich werde übrigens gleich am Ende noch ein bisschen was zu den Düften sagen, die ihr jetzt im Chat gepauselt habt. Ich habe einige davon nicht auf der Liste, aber die dürfen natürlich bei so einer Top-15-Liste, werden es dann wahrscheinlich, dürfen die natürlich nicht fehlen. Ja, auf jeden Fall Eau Sauvage finde ich schon mal ein sehr, sehr guter Start. Also wenn man einen klassischen Barbershop-Duft mal riechen will, wäre das eine sehr gute Variante. Und wenn ihr euch das Parfum davon gönnen wollt, kann ich nur empfehlen. Dann macht das auf jeden Fall. Gut, dann habe ich hier den Chanel Pour Monsieur Eau de Toilette. Einer der geilsten Chanel-Düfte. Ich habe eben im Chat auch gelesen, den Platinum oder Platinum Egoist. Da kann man ehrlich gesagt drüber streiten, welcher jetzt besser ist. Ich persönlich finde den Pour Monsieur unfassbar geil, weil es ein schönes Cologne auch ist. Also es ist vergleichbar, finde ich, so ein bisschen mit dem Eau Sauvage von Dior. In dem Sinne, dass du auch wieder so diesen Barbershop-Vibe hast. Und es ist einfach im klassischen Sinne ein Cologne. Also es ist nur kurz so ein bisschen zur Erfrischung da und hält nicht besonders lange. Aber es ist dafür wirklich extrem gut geeignet. Es bringt die Chanel-DNA rüber. Es hat auch Eichenmoos, Vetiver, Zedernholz als sehr, sehr maskuline Basis. Und eben diese wunderschönen, frisch-zitrischen Kopfnoten. Zitrone, Eisenkraut, Neroli, Orange. Also wirklich unfassbar lecker und eine der besten Kreationen von Chanel. Jetzt fragt Basilek 105, glaubst du, dass die heutigen Releases auf den Klassikern aufbauen? Ich glaube, man orientiert sich wieder so ein bisschen dahin zurück. Also wenn ich mir den Dior Sauvage Elixier anschaue, geht das schon deutlich zurück in diese Richtung, in diese alte. Weil das für mich ja auch diesen Barbershop-Vibe einfach hat. Jo, dann hat Axel Schulz geschrieben, Kuros von Yves Saint Laurent. Den habe ich mir auch notiert. Bevor ich dazu komme, aber möchte ich noch ein bisschen was zu dem Egoist sagen von Chanel. Das ist nämlich wahrscheinlich auch so einer der beliebtesten Düfte. Der ist aber erst 1990 rausgekommen, ja. Und ja, ist also deutlich, deutlich jünger, sag ich jetzt mal. Erstellt von Jacques Polt und François Demachy. Zwei unfassbar gute, unfassbar gute Parfümeure mit sehr, sehr vielen starken Releases. Und das wäre ein Duft, der hat für mich immer so ein bisschen so eine metallische Note. Und irgendwie so ein bisschen leicht orientalisch, metallisch, sehr, sehr speziell und einzigartig. Und ja, Platinum Egoist ist dann auch nochmal ein bisschen, geht ein bisschen mehr nochmal so in diese metallische Richtung. Aber ich finde es einen sehr, sehr geilen Duft. Und beide darf man auf jeden Fall nicht verpassen. Dann sehe ich hier Paco Rabanne Pour Homme. Den habe ich mir auch aufgeschrieben, weil der aus dem Jahr 1973 kommt. Und auch wieder, ne, man merkt auch irgendwie so ein bisschen das Muster, den so diesen Eichenmoos-Charakter hat. Also Paco Rabanne Pour Homme, ein Eau de Toilette. Dieser Flakon ist auch einfach so richtig klassisch Paco Rabanne, finde ich. Also das ist, wenn ich an Paco Rabanne denke, habe ich irgendwie immer diesen Flakon vor Augen. Ich weiß nicht, woher das kommt. Ob ich den früher irgendwie mal als Kind irgendwo gesehen habe, kann natürlich sein. Ja, sehr, sehr krasser Duft. Auch wieder so Barbershop-mäßig eine Lavendel-Tonkerbohne-Eichenmoos. Dieses Mal aber mit Honig und Moschus mit drin. Ich finde, das riecht man sehr, sehr deutlich raus, weil es so ein bisschen auch noch ein bisschen eine süßere und seifigere DNA hat. Das war nicht, ist nicht bei allen Barbershop-Düften so. Und finde ich auch einen unfassbar schönen, klassischen Barbershop-ähnlichen Duft. Übrigens sehe ich gerade, Paco Rabanne hat einen neuen Duft oder bringt einen neuen Duft raus namens Fame. Die Flakons werden immer geiler von denen. Und früher war das scheinbar noch anders. Ja, also da hätte man es eher für einen Polo-Ralf-Lauren-Flakon halten können, wenn ich ehrlich bin. Der nächste Duft, ja, Blubini schreibt, Eichenmoos ist das Ambroxan von früher, genau so ist es. Cartier Santos, sehr, sehr gut. Ihr ratet all die Düfte, die auf meiner Liste stehen. Wo haben wir ihn denn? 1981 rausgekommen. Wir bewegen uns ein bisschen mehr in Richtung Neuzeit, sage ich jetzt mal. Das ist nämlich ein, wirklich jetzt auch mal ein komplett anderer Duft, muss ich sagen. Also Santos von Cartier, einer der schönsten orientalischen Düfte, die man im Designer-Segment bekommen kann. Und wirklich, ich sage es euch, wirklich einzigartig. Allgemein die Cartier-Düfte für einen Designer unfassbar einzigartig. Auch der Pasha von Cartier ist ein super geiler, einzigartiger Duft, was man so im Designer-Segment nicht immer findet bei den ganzen frisch-holzigen Dingern, ja. Aber Santos ist ein Wacholder, Wacholder-Lavendel-Duft. Mit Kuckucks, mit Kokosnuss. Nein! Ich werde es nicht mehr los. Leute, ich habe, ich schwöre es euch, in den letzten vier, fünf Wochen habe ich so häufig Kokosnuss in den Duftnoten gelesen, wie sonst nie zuvor. Ich wusste gar nicht, dass das so ein Ding ist. Und irgendwie verfolgt mich das. Also es könnte wirklich zu meiner Duftnote schlechthin werden. Wenn man hier auch nochmal beachtet, dass es eigentlich auch wieder ein Fougere-Duft ist, also streng genommen, wäre es durch Lavendel und Vettiva und so, wäre es ein Fougere-Duft. Aber ich finde halt diese cremige Note hierin sehr, sehr stark. Und natürlich ist es etwas auch an diese Ur-Thematik angelehnt, glaube ich zumindest, ja. Es ist ein unfassbar schöner Duft. Cartier macht sehr geile Düfte, vor allen Dingen halt Pasha auch. Er ist ja auch einer meiner Lieblings-Düfte von denen. Das wäre auf jeden Fall auch eine sehr, sehr gute Empfehlung. So, wo sind wir jetzt? Wir sind jetzt im Jahr 1981. Wir haben noch zwei Düfte, die ungefähr so in diesem Zeitraum rausgekommen sind, hier auf der Liste. Und zwar habe ich einmal den Kuros von Yves Saint Laurent. Das ist, finde ich, ein absolutes Must-Try, wenn man mal so einen richtigen 80s-Powerhouse-Duft probieren möchte. Und zwar war es so, in den 80er Jahren kam das irgendwann, dass die Leute, vor allen Dingen die Herren, halt so richtig brutale Bretter getragen haben. Wo man heute sagen würde, Junge, wasch dich mal. Also wirklich, ich verarsche euch nicht. Früher war das völlig normal, weiß ich nicht, behaarte Brust. Und dann hast du halt so einen super rassigen Duft getragen, der einfach so ein bisschen nach öffentlicher Toilette riecht. Glaubt mir, das war wirklich so. Und ja, witzigerweise Santos von Cartier noch nicht so. Der ist wirklich, finde ich, völlig super elegant. Aber der Kuros von Yves Saint Laurent ist das komplette Gegenteil. Und man muss da wirklich drauf stehen. Witzig ist, bei diesem Flakon immer, ich hatte auch mal einen Vintage-Flakon, muss man darauf achten, wenn hier dieses weiße Ding. Also ihr habt ja dieses, könnt ihr überhaupt mal einen Auszeiger sehen? Ich weiß es nicht. Ihr habt ja dieses silberne Ding oben, also diese zwei. Und dann darunter kommt, dass es weiß. Wenn dieses und das ganz untere Silber ist, also alle diese Querstreben, wenn die alle silbern sind, dann ist es ein Vintage-Flakon. Das bedeutet in diesem Falle, dass der Vintage-Flakon nochmal richtig viel krasser ballert. Also der Vintage-Flakon ist wirklich, ich hatte den, der ist wirklich, da kommen öffentliche Toilette-Vibes rüber. Wirklich. Weil hier ist es, hier ist sehr, sehr viel Zibet drin. Zibet ist ja so eine animalische Duftnote von der Zibet-Katze. Genau so sieht der ein bisschen aus. Also alles, was hier schwarz ist, ist Silber bei der Vintage-Version. Und man sieht es schon. Ihr müsst euch überlegen, das ist ein Eau de Toilette. Und das hat eine Bewertung mit einer Haltbarkeit von 9,0 und mit einer Siage von 8,6. Das ist crazy. Für einen Preis, der einfach super cheap ist. Also das ist, das muss man sich mal geben. Selbst die Vintage-Flakons kriegst du aktuell für einen sehr, sehr guten Preis. Ich finde ihn einen sehr, sehr schönen Duft, muss ich sagen. Ich finde den sehr, sehr schön, weil ich finde, dass diese blumige Note, die da mit drin ist, da sind halt so blumige Noten mit drin. Und animalische Noten auch. Das ist irgendwie, es wirkt so ein bisschen wie so eine luxuriöse Kernseife. Allerdings hast du halt wirklich viel Punch durch diese animalische Note. Was den anderen Leuten um einen herum aber nicht so stark auffällt in der Regel. Deshalb ist das, finde ich, okay. Man muss nur selber damit klarkommen. Aber ich habe noch nie negatives Feedback dazu bekommen. Aber ja, es ist auf jeden Fall ein extrem geiles Teil, was man mal probiert haben muss. Einfach nur um der Duftgeschichte willen. Ja, so ist es. Dann ansonsten 1981 auch haben wir Anteos. Anteos habe ich schon tausendmal empfohlen. Das ist für mich der beste Chanel-Duft überhaupt. Ich habe auch immer noch eine Abfüllung von der Vintage-Variante, weil ich den einfach so lecker finde, diesen Duft. Der wirkt ein bisschen wie so ein grüner, krautiger Duft am Anfang. Also er ist am Anfang krautig, grün, würzig, dunkelintensiv. Und dann nach einer ganzen Weile wandelt er sich zu einem sehr sanften und anschmiegsamen Duft. Der Grund dahinter ist, es gibt da eine Story. Denn Anteos ist ein Gott, glaube ich, der griechischen Mythologie. Und Anteos war jemand, der, wenn er die Bodenhaftung hatte, unbesiegbar war. Das bedeutet, niemand konnte den besiegen, solange er mit beiden Füßen auf dem Boden gestanden ist. Wenn er aber mit einem Fuß oder mit beiden Füßen nicht mehr auf dem Boden war, konnte man den einfach irgendwie so hochheben oder sowas. Also du konntest den nicht wegbewegen und dann konntest du den aber hochbewegen. Und das ist irgendwie so diese Geschichte. Also dieses Starke, sobald du auf dem Boden bist und dann halt dieses Schwache nach einiger Zeit in dem Duftverlauf. Das ist so dieses Mythologische, was da, glaube ich, irgendwie so ein bisschen hervorkommt. Ich finde das Bild auf jeden Fall cool. Also ihr könnt euch gerne auch mal, ich habe das jetzt wahrscheinlich nur so richtig laienhaft wiedergegeben, aber ihr könnt euch da gerne mal mit beschäftigen, weil ich finde es eine coole Story eigentlich. Und Anteos ist einer der geilsten, genau, er trägt auch hier diesen Flakon, ja. Einer der geilsten Düfte, die es überhaupt gab. Wenn man an die alte Variante kommt, Freunde, ich sage es euch, es ist einfach geil. Ja, aber auch die neue Variante ist noch sehr, sehr cool. Gut, und der dritte Duft, der in diesem Zeitraum rausgekommen ist, ist auch super, super beliebt. Und das ist der Azzaro Pour Homme. Habt ihr bestimmt schon mal gesehen, ja. Also dieser Flakon hier ist wirklich weltberühmt. Ist einfach, keine Ahnung, ist einfach nur geil, ja. So richtig schön Vintage sieht der auch aus, finde ich. So richtig schön Retro. Und der ist 1978 rausgekommen. Und da haben wir eben Anais, ja. Wie die Niederländer sagen, Anais Milk. Wir haben Lavendel. Also auch wieder so, ne, Lavendel-Barbershop-mäßig. Aber halt mit so einer, weiß nicht, Lakritzik-Note oder sowas on top. Also ich finde, das kommt wirklich sehr, sehr stark raus. Lakritzik, pudrig, so ein bisschen Leder auch. Und dann aber so dieser Mix aus diesen Noten und Barbershop. Finde ich sehr, sehr wild. Ein guter Duft und ein absoluter Klassiker, den man definitiv mal probiert haben sollte. Und ich habe mir noch aufgeschrieben im Verlauf holziger und würziger. Eichenmoos, sehr präsent und grüne Kopfnote. Das trifft es, finde ich, sehr, sehr gut. Gut, wenn wir die 80er Jahre verlassen, kommen wir zu, erst mal zu dem Chanel Po Monsieur 1989. Das ist schon sehr weit fortgeschritten. Und wir haben aber auch noch zwei Düfte, die 1988 rausgekommen sind. Der eine ist der Dior Fahrenheit. Den habe ich schon tausendmal auf diesem Channel vorgestellt. Und der andere ist der Coolwater von Davidoff. Coolwater von Davidoff erzähle ich immer wieder. Hat mein Vater getragen, ja. Und trägt den, glaube ich, heute teilweise immer noch. Sehr, sehr oldschool, sehr barbershop, aber auch irgendwie so eine aquatische Note, die damals völlig neu war. Also nach den 80ern kam dann so dieses aquatische Ding, was uns so ein bisschen in Richtung Neuzeit bringt. Neuzeit, ja, wenn man das so nennen möchte. Und Coolwater einfach ein Klassiker, den man mal probiert haben muss. Und auf der anderen Seite Fahrenheit, aber auch, weil Fahrenheit so ein bisschen so eine Benzinnote hatte. Für mich persönlich war das nie wirklich Benzin. Auch nicht bei der Vintage-Version, die ich besessen habe und dann irgendwann wieder verkauft habe. Sondern für mich war es eher eine grüne Note, die bei Fahrenheit durchkam. Also es ist wirklich ein grüner Duft mit so einer leicht, ja, süßlichen Variante im Hintergrund. Und aber ein sehr, sehr schönes, maskulines Teil. Ja, das an der Stelle auf jeden Fall sehr, sehr gut. Davidoff Coolwater übrigens 20 Euro, die 125 Milliliter. Kann das stimmen? Ist der so günstig? Der ist wirklich so günstig. Ne, doch, 22 Euro, die 125 Milliliter habe ich hier. Wobei die Preise sehr stark variieren. Manchmal kriegst du 200 Milliliter für 30 Euro. Und 75 Euro für 17 Euro. Also es variiert wohl, aber man bekommt teilweise echter, sehr, sehr gute Deals. Was krass ist. Ich meine, die Vintage-Dinger sind alle, glaube ich, so günstig. Die sind nie so wirklich teuer gewesen. Jo, aber okay. Ich habe noch zwei Düfte hier aus den 90ern. Den Egoist hatte ich schon eben. 1990 kam der raus. Und dann habe ich hier noch den YSL Opium Porom. Das ist auch wieder, das führt so dieses Pasha von Cartier Ding irgendwie etwas fort. Weil Opium, und davon habe ich auch die Vintage-Variante besessen, ist einfach ein Traum. Da muss man sagen, der ist nicht ganz günstig, wenn man den im Resell kaufen möchte. In der Vintage-Variante. Aber wenn man den einmal besitzt, ist es wirklich, ich sage es euch, ist es wirklich so ein unfassbar geiler Duft. Der hat mich ein bisschen erinnert an den Jubilation 25, weil hier ist ja auch so eine dunkle Beere mit drin. Ist aber irgendwie etwas schwülstiger, etwas luxuriöser, pompöser noch gewesen. Also du hast weniger, der Jubilation 25 war etwas trockener, fand ich. Und der hier ist so ein bisschen süßlicher, runder. Und es ist wirklich ein absoluter Traum. Es ist sehr schade, dass man ihn in der Vintage-Variante nicht mehr so günstig bekommt. Ich glaube, ich habe für meinen damals über 100 Euro bezahlt. Genau, hier sieht man es schon, wenn man sich hier so einen Zug-Eintrag mal anschaut. Also diese Vintage-Sachen, hier steht auch Verhandlungsbasis. Weiß ich nicht, was da jetzt für Preise über den Tisch gehen. Aber ich habe ihn auf jeden Fall, habe auf jeden Fall sehr, sehr viel dafür bezahlt. Und ich fand ihn unfassbar lecker. Mein Vater hat immer und trägt ab und zu noch Opium. Es ist ein Brett, wirklich. Es ist ein geiler, geiler Duft und sehr, sehr schön. Damit kommen wir zu den letzten aus den 90er Jahren. Dann wäre ich mit meiner Liste durch. Dann können wir gerne noch ein bisschen über andere Vintage-Stifte sprechen, die jetzt nicht auf der Liste standen. Wir hatten hier noch einen. Und zwar den Santos de Cartier. Den hatte ich eben schon. Der war von 91. Ne, von 81. Sorry. Genau, der Hugo Boss von Hugo. Na, geil. Endlich mal ein deutscher Duft. Hoppala. Ja, ihr habt gerade die Liste gesehen. Sehr cool. Das ist doch gut. Dann habt ihr ja schon gesehen, was hier der Fall ist. Das Aftershave. Genau. Ich glaube, das kennt man doch, oder? Also den Flakon hat doch jeder schon mal gesehen. Kann mir doch keiner erzählen. Das wird heute, wird das so ein bisschen wahrscheinlich so diesen Duschgel, in dieser Duschgel-Ecke zu verorten sein. Ja, aber es war tatsächlich ein ziemlich großes Release von Hugo Boss, weil man halt, also es ist halt wichtig, weil es einfach eine deutsche Marke ist, die wirklich zu Welterfolg gekommen ist. Also die Düfte von Hugo Boss haben wirklich sich für so eine deutsche Marke extrem gut verkauft. Und das eben überall auf der Welt. Und das tun die auch heute noch. Und deshalb sehr spannend, dass man hier auch so einen Duft hat, der so ein bisschen so einen mosigen Charakter hat. Leicht grünlich, lederartig ist im Drydown. In der Kopfnote aber ganz, ganz deutlich so einen, finde ich persönlich, einen sehr, sehr starken Duschgel-Vibe hat. Das ist sehr spannend, ja, dass dieser Duschgel-Vibe da ist. Die Performance ist nicht besonders gut. Dafür ist der Duft sehr, sehr frisch und bringt einfach auch noch diesen klassischen Vintage-Charakter, finde ich, noch etwas rüber. Und danach kamen natürlich all die ganzen anderen Releases von Hugo Boss noch, Boss Bottled und so weiter. Jo, und Angelus schreibt, Boss Elements ist besser. Ja, der Elements kam 96 raus, ah ne, 93 raus, guck mal. Auch wieder ein super cooler Flacon, muss man sagen. Sehr kreativ für diese Zeit. Und das ist ein Duft, der mit Pflaume, Estragon, Thymian, Wacholder, frischen Noten und Eichenmus arbeitet. Sehr, sehr cool. Okay, jetzt noch so ein paar Sachen, die ihr mir empfohlen habt. Natürlich, Job Om darf auch nicht fehlen. Den hatte ich gestern in meinem Drogeriestream, oder war es gestern oder vorgestern, hatte ich den mit drin. Das Ode Toilett. Dieses Jahr ist ja, glaube ich, das Eau de Parfum rausgekommen, oder das Parfum sogar. Was ich persönlich sehr geil fand, ich kann die Bewertung von 6,6 gar nicht nachvollziehen. Erschließt sich mir nur dadurch, dass es genug Leute gibt von dem alten Ode Toilett, die irgendwie so etwas Ähnliches erwartet haben. Und nicht darauf klarkommen, dass da jetzt auch mal neue Wege gegangen wurden. Wacholder riecht übrigens wie Gin, finde ich. Also Wacholder riecht immer so wie Gin und Tonic. Für mich immer direkt schon diese Assoziation. Aber ja, Job Om, der Klassiker, absolutes Biest. Von der Haltbarkeit her auch wieder hier 9,0, 8,8. Da kann man heute nur von träumen für ein Ode Toilett. Also das muss man ganz ehrlich sagen, dass das früher schon tendenziell sehr, sehr viel stärker war. Vor allen Dingen halt in den 80ern, als es heute ist. Ich finde, der Duft hat auch so ein bisschen so eine Animalik. Ich weiß nicht, wo die herkommt. Aber auf jeden Fall ein super, super Teil. Und geiler Duft. So, dann hattet ihr gerade eben noch ein paar Sachen geschrieben, die ich auch sehr, sehr gut fand. Zum Beispiel diese ganzen, diese ganzen, hier, Guerlains. Guerlains muss man als Haus einfach komplett erwähnen. Weil die früher so geile Sachen rausgebracht haben. Und die Parfumgeschichte so stark geprägt haben. Durch zum Beispiel so ein Release wie Chalimar. Man könnte aber auch hier Habit Rouge nochmal als Beispiel nehmen. Aber Chalimar ist für mich ja so der Duft. Das Extray kommt, glaube ich, aus den 30ern oder so. 1925 ist das rausgekommen. Habe ich auch tatsächlich noch eine Flasche zu Hause stehen von dem Extray. Weil es für mich einfach, da habe ich irgendwie, glaube ich, mal 15ml gekauft für 90 Euro. Also in diesem Falle wird man da sehr, sehr viel Geld los. Aber ich sage es euch, es ist einfach der schönste, super, super, super krass vanillige Duft, den man sich vorstellen kann. Es ist kein Amberduft, Leute. Lasst euch nicht erzählen, dass das hier ein Amberduft ist. Weil es ist kein Amberduft. Du hast balsamische Noten, du hast Vanille, du hast Tonkabohne. Aber es ist kein Amberduft. Es ist am ehesten noch ein Chypre-artiger Duft. Aber es ist kein Amber. Gibt ja Leute, die das behaupten, um ihre eigenen Kreationen dann auch zu rechtfertigen. Gut, aber Chalimar, genauso könnte man natürlich auch für die Herren jetzt. Also den Duft kann man übrigens auch als Mann tragen. Ich sage es euch ganz ehrlich, kann man super tragen. Es gibt auch sowas wie Abit Rouge. Es gibt L'Einstein de Guerlain pour Homme. Ein super geiler Kakao-Duft. Genau, L'Einstein de Guerlain pour Homme. Was für ein Name, ne? Auf jeden Fall. Hier ist das Olde Toilette, genau. Ah, das kam 2004 raus, guck mal. Relativ spät eigentlich. Spannend, wusste ich nicht. Gut, dann müssen wir den rauslassen. Aber hier sowas wie Mitsuko, ne? Mitsuko kam 1919 raus. Das sind auch richtige Klassiker, die man kennen muss. Der hat für mich ein bisschen eine Parallele zu Diagilev tatsächlich. Aber nicht zu stark. Jetzt muss ich nochmal gucken, was ihr geschrieben habt. CK-1, zumindest war das eines meines Wissens nach der erste Unisex-Duft war. Ja, CK-1 ist aber so ein 2000er-Ding. Das zähle ich nicht wirklich als Vintage, oder? War das nicht ein 2000er? 94. Okay, gut. Lass ich gelten. Lass ich gelten. Ich weiß aber gar nicht mehr, wie der riecht. Wenn ich ehrlich bin, habe ich jetzt gerade kein Duftgedächtnis dran. Keine Duftänderung. Fouget Royal wurde mir empfohlen von Hupigant. Auch definitiv ein Duft, den man kennen muss. Absoluter Klassiker. Chanel Nummer 5. Ein weltbewegender Duft, der zum ersten Mal mit Aldehyden gearbeitet hat, was synthetische Duftstoffe sind, die so ein bisschen eine Plastikrichtung im Duft geben. Und Chanel Nummer 5 hat viel, viel, viel Aldehyde enthalten. Und war deshalb ein Duft, der die Welt geprägt hat, wie kein zweiter. Genau, Fouget Royal wieder, Cool Water hatten wir auch schon, Cartier Santos hatten wir. Und was haben wir noch? Dracar Noir, natürlich, Dracar Noir muss sein. Von Guy La Roche, ein Klassiker. Sieht aus wie ein Duschgel, aber ist ein sehr, sehr geiles Eau de Toilette aus 1982. Und dann gibt es natürlich noch von, hoffentlich fällt mir jetzt der Name ein, weil ich habe den zu Hause noch. Von, war das nicht Jacques Bogart auch? Bogart Pour Homme? Ja, genau, der ist auch geil, aber den hatte ich nicht zu Hause, das war noch ein anderer. Aber diese alten Dinger, die sind alle so günstig, ne? Ich meine, ich hatte ja auch die One-Man-Show-Reihe hier, die waren ja auch alle so günstig, alle unter 20 Euro, ne? Beziehungsweise einer war irgendwie 40, glaube ich. Aber das ist so krass und du kriegst so geile Qualität eigentlich für diesen Preis. Also wer so ein bisschen diese Vintage-Geschichte mag, ich sage es euch, der ist sehr gut beraten, wenn er einfach diese ganzen Produkte mal probiert. Guerlain Vetiver 1959. Vettiver ist einer der besten Düfte von Guerlain, finde ich so schön. Kenzo Pour Homme von 1991. Jean-Paul Gaultier Le Mal 1995. Ist verrückt, wie alt die alle sind, ne? Kenzo Pour Homme? Hatte ich den überhaupt schon mal? Ich weiß es nicht. Zitrone, grüne Noten, Bergamot, fruchtige Noten, Muscatella, Salba, Jasmin, Ozon, Iris, Maiglöckchen, Pfirsich, Wacholder, Rose, Zedern, Moos, Moschus, Ambra, Sandelholz. Verrückt, ey. Und riecht angeblich ähnlich wie Lionheart von Boadicea The Victorious. Okay. Das ist ein verrückter Vergleich. Aber ja, warum nicht? Kenzo ist eine geile Marke. Guck mal. Das ist mein Mann. Das ist der Mann fürs Leben. Der ist Ise. Genau so und nur so. Wisst ihr Bescheid, Leute. Auf jeden Fall danke, dass ihr mich hier so tatkräftig unterstützt habt. Ich finde, man kann an alten Düften nicht genug probieren. Es gibt so viele geile alte Düfte. Und ja, Ingwer Zitronentee hat geschrieben, krass wie viele alte Düfte Eichenmus drin haben. Das ist ja fast überall drin. Genau. Das war auch früher fast überall drin. Bis es dann irgendwann gebannt wurde von der Ifra. Weil es nämlich, glaube ich, Allergien hervorlöst. Hervorruft. Und ja, und dann haben die das irgendwann auf die rote Liste gesetzt. Beziehungsweise, ich glaube, es darf sogar noch verwendet werden, aber nicht in so hohen Bestandteilen. Und das ist natürlich ein Problem. Aber ja, ich persönlich liebe Eichenmus. Also ich hatte auch schon den ein oder anderen Vintage-Duft, wo sehr, sehr viel Eichenmus drin war. Und das finde ich einfach immer, immer extrem geil. Ted Lapidus Porom. Mega Oldschool Flair. Das war der Duft. Ich meine gar nicht Jacques Boga. Ich meine Ted Lapidus. Lapidus Porom, genau. Der ist so geil. Den habe ich noch zu Hause. Und habe den nicht so häufig getragen. Aber ich habe den mal hier im Stream getestet. Und ich meinte noch zu euch, alter, riecht dieser Duft gut. Auch mit einer geilen Haltbarkeits-Siage. Ich muss mich mal mit Oldschool-Düften eindecken. Oud Rush mit Eichenmoos wohl eher nicht. Ja. Eichenmoos kann verwendet werden, indem man die Bestandteile herauszieht, die schädlich sind. Das teurere Verfahren verwendet zum Beispiel Roger Parfas. Okay, ja. Vielleicht für den zweiten Duft von mir, den Chibra Absolü, werde ich das vielleicht machen. Wer weiß. Aber man muss mal gucken, ob das überhaupt so ohne weiteres möglich ist. Ich habe davon eine Version von 99. Der Flacon sieht noch schrulliger aus. Okay. Das ist natürlich ungünstig. Das ist natürlich ungünstig. Das ist natürlich ungünstig. Vielen Dank.